Hey, cool, schaust du hier vorbei. Mein Name ist Daniel und ich bin Gründer und Inhaber von Freiklavierspielen.com. In diesem Video möchte ich dir kurz erklären, um was es hier geht. Ja, der Name sagt schon, es geht um das freie Klavierspielen, aber es geht nicht nur darum, einfach frei nach Akkorden zu spielen, sondern darum, dass du selbstständig lernst, Songs zu erarbeiten. Zum Beispiel eine Songbegleitung, eine instrumentale Version eines Songs, Improvisation. Das sind so die drei Hauptschwerpunkte hier. Songbegleitung, instrumentale Version eines Songs oder Improvisation. Und damit du dir das jetzt noch besser vorstellen kannst, was ich damit meine, gibt es was auf die Ohren. Viel Spass! Songbegleitung, zum Beispiel für eine Puppalade. I can feel your heart beating Can you feel my heart beating too Wanna say how much I love you Can you feel the same for me too Oder lieber etwas Grooviges, das richtig rockt Can you feel the same for me too Come on, come on, let's go away Come on, come on, let's go away To be free Oder eine instrumentale Version eines Songs Hier im Beispiel die Puppalade von vorher Can you feel the same for me too Oder Improvisation Das, was du jetzt hören wirst, ist alles frei improvisiert Ich habe mir lediglich kurz überlegt, was ich Ihnen etwa zeigen möchte Das, was ich jetzt hören will, ist alles frei improvisiert Untertitelung des ZDF, 2020 Oder was ganz ruhiges. Untertitelung des ZDF, 2020 Oder was grooviges. Oder was grooviges. Ja, das ist nur ein paar Beispiele. Da gibt es noch viel, viel mehr, was alles möglich ist. Hey, ich sehe dich im nächsten Video und Tschüss, bis dann. Ja, das ist nur ein paar Beispiele. Ja, das ist nur ein paar Beispiele.